Jetzt gehst du den Schuh anziehen. Die werden du gelagert. So, jetzt geht's los! Da ist die Bahn, die die Gepäckstücke dort portiert. Jetzt regnet's. Na, dann wusste man es nicht. Das ist hier wirklich gut. Da sind wir. Jetzt sind wir gerade hergekommen. Jetzt sind wir irgendwo hergekommen. Das steht direkt da müssen wir hin. Aber nicht zum Joch. Oder doch. Wahrscheinlich doch. Na dann. Auf geht's. Na dann. Ja, das ist sehr ratsam. Ob es die Frage ist. Wohin? Wohin? Guck, da ist ja die Hütte. Die Hütte. Die Hütte. Die Hütte. Da steht's in die Hütte. Sag mal, hast du eine Ahnung von wo wir gestern gekommen sind? Jetzt bin ich schon mal gespannt. Ja. Ja. Das ist auch nur deine Hoffnung. Ja. Da fahren sie die Gondel. Ja. 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 Schneematt schau' noch dazu. Boob, boob, boob. siamo learn unitez subscribers. Fuck you, hell, ey! Sei tot! Sauber! Die letzten zwei Tage haben wir es gut hingekriegt, oder? Ja, das ist nicht auf! Hauptsache, wir fallen nicht raus! Was hast du vor? Alles neu? Mach der mei! Mach der mei! Da sieht man nix gut aus mal! So, jetzt sind wir erstmal hier! Jetzt geht's ab nach Sölden! In dem Bus! Gewandert wird nicht mehr! Also jetzt doch nach Wend! Das Wetter ist das beste Freund! Aber auch nur manchmal! Gel! Tja, das werden wir's wohl packen, bis Wend in Reben! Ja, es ist nur schade! Ja, eben! Ja, weil das normalerweise ein wunderschöner Panoramabeg ist, einer der schönsten Teile! Und wenn wir heute keine Sicht haben, ist es eigentlich sehr schön! So wie so! So wie so! Und jetzt... sieht man übrigens ein bisschen was! Und jetzt unter dem schönen Panoramabeg! Wow! Nee! Nee! Das hat's schon irgendwie... Wenn man angeschlagen ist, hat's passiert sich... Ups! Das muss man halt auch mal erlebt haben, oder? Eigentlich nicht, oder? Das war es ja gut! Hey! Hey! Alles gut? Oh joo... Oh joo! Besser konns nit sein! Hi! Was macht der Fuß? Alles gut. Es kann zu glauben. Es wird zwar ein bisschen, aber jetzt sind wir die ersten 10 Minuten. Oh ja. Jetzt. Bis später. Wow. Sagenhaft, he? Jetzt noch ein bisschen Sonne. Guck mal, das rauscht da unten. Sagenhaft. Ein spitzen Panoramaweg. Wenn der Nebel nicht ist, ist es fantastisch. Wenn ihr was sehen könnt, wäre eigentlich schön. Verstehe ich nicht. Ah ja, das war jetzt mal ein lichter Moment. Muss man nutzen. Guck mal, da unten ist es fantastisch. So, fertig. Jetzt muss ich die wegpacken, dass es trocknet. Weg mit. Sonst wird sie kaputt. So. Da kommen wir her. Und nach Wend gehen wir. Weißes. 2656. Im Nirgendwo. Auf Kamera weg. Sonst ist es keine Unterwasserkamera. Noch anderthalb Stunden. Oder eine Stunde. Anderthalb Stunden. Macht da nichts vor. Bis Wend. Da müsste er irgendwo sein. Eigentlich. Aber das geht hier laufend. Mal Blick bis ins Tal, mal wieder nicht. Da kommt er. Wow, wow, wow. Das haben wir uns rausgesucht. Ups. Da gibt's Häuser. Da gibt's Hoffnung. Alles gut, alles gut, bald haben wir es gepackt. Na ja, jetzt meld du jetzt nur noch Zweifel an hier. Hier ist Beckton. Genau. Schau mal, hast du die ganze Knuddel gesehen? Der Weg mit den lauter kleinen Knuddel mummelt hier, oder wie heißt die hier? Oder was sind das, was, was, oder alles, die alten Schafe. Auf, hinterher, das kann jetzt mal schlecht sein. So. Da liegt's. Da müsste es sein. Da müsste es sein. So, jetzt sind wir unten. Das Ziel gleich. Das Ziel hast du schon. Fernacht. 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 Und dann fahren wir von dort nach Meran. Nach Riese und Adam sind wir dann übermorgen. Na also. Hoffnung. Immer nur Hoffnung. Jetzt gibt's Regen erstmal. Ab. Da steht. Ich glaub, die ist innen jetzt beschlagen oder so. Ich hab sie jetzt in den Lüfter gehalten. Sie total durchschnittlich schraubt ist damals. Ja, ja, es ist irgendwie ein bisschen verschwommen alles. Die macht nicht, was er machen soll. Das ist jetzt aber auch nicht besser, sagst du. Also, die müssen halt noch ein bisschen auslüften, glaub ich. Na, jetzt geht's wieder. Bombastisch. Das ist unser Balkon. Okay. Jetzt kommt davor, wenn man zu viel plant. Jetzt sind wir ein bisschen anders. Das hab ich auch schon festgestellt. Macht nix, gell? Funktioniert aus der Reihen. Da ist die jetzt voll. Oder halb voll. Ich weiß ich wie voll. Jedenfalls ist es jetzt neu. Wend. Steht eigentlich nur aus Hotel, wenn man es genau nimmt, dieses Wend. Und ein paar Kühe. Und eine gute Touristeninformation. Ein Glück. Die alte Kirsche von Wend. Da gehen wir jetzt neu. Man weiß ja nie. Das ist nochmal gut gedacht. Die schöne Hütte. Mit dem guter. So, bitteschön. Die schöne Geschichte. Und sagen Sie. Das ist keine Schatzkammer wieder. Sondern das sind für die Schnaps und die Spielkarten waren da früher drin. So hab ich mir das auch gedacht. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt. Das passt immer alles. Das passt immer alles. Das passt immer alles. Ups. Was ist denn das, was passt? Passt schon, gell? Wir wissen. Wir wissen nicht, was ich heute Nacht aus dem Bett geholt habe. Das passt schon. Womö vemos. – Chat herrtts hin. Das Called Möhle. Na ja, da muss man noch bezahlen. Sorry. Moje geht es weiter, in guter Hoffnung. Heute hat der Kollege darüber gesagt, Moje könnte schnell liegen. Da sind wir jetzt mal gespannt. Dann müsste man 8 Passer noch mal laufen. Da mischt man 8 Passer. Naja, kann man sehen. Jedenfalls die Mare-Verstimmung ist vorbei. Das finde ich schon mal gut. Das finde ich sehr gut. Das ist schon einen starken Bergerwert. Wir waren fast die einzigsten, aber immerhin in so einem schönen Lokal waren wir die einzigsten. Also, hoffen wir, dass wir im Sinne des Heimkommens. Das ist da noch mal abfilmen, da in Liebetreu, in Höfenflösch. Guck mal, das ist sogar gestickt hier. Das ist eine feine Sache. Trinkst du alles nicht? Also, du wirst es packen, oder nicht? Die Kirschen, da drüber. Wo das Licht leuchtet, ist die Kirschen. Wenn wir es auch schaffen. Die werden vorher schon eine Falle aufbauen. Okay. Hey, da geht's ab. Hey, was jetzt? Das war clever, Junge. Das war clever. Vielen Dank.